Hallo liebe Freunde, heute sind wir auf der Burg Rau-Einstein. Wir sind auf einer kleinen Maundang, jetzt geht die Summe fast runter. Man sieht sie ein bisschen im Hintergrund. Wir sind heute einmal ein bisschen drinnen am Fliegen und Helenenthal anschauen. Wetter passt eigentlich, es ist perfekt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Flug und liebe Grüße von uns. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020